Die wilde 13? Die wilde 13? Das ist eine gute Frage. Der 13, das ist Multiculti. Das ist ein guter Bus. Ich wundere mich über die Busfahrer da drin. Wie die hier durchfahren und was für die für eine Ruhe bewahren da drin. Das ist unglaublich. Guten Tag. Eine Tageskartung. Kann man nicht abdrucken? Ja. Die Bahn hat jeden Tag die Action. Das ist das Ding. Was soll ich dir jetzt sehen? Verstehst du? In dem 13 haben hier viele Kinder und Jugendliche und Frauen mit Kopftuch. Eigentlich ist es schon ein Ausländer-Port. Weil erstmal, ich bin selbst ein halber Ausländer. Aber ein gemein Ausländer-Bus kann man das noch nicht so sagen. Mischbus, das man so eigentlich braucht. Wenn die Schulzeit da ist und das ist ganz grauenvoll. Also da macht man gar nicht einsteigen als ältere Person. Die Kinder sind, die lachen immer. Mit den Kindern, die in den Kinderwagen, dann zwinkert man so an und dann scherzt man mit denen. Das ist das Beste im Bus. Weil alles andere ist erstarrt da drin. Man hält sich vollkommen starr im Bus. Weil meine Schwester ist vor drei Wochen Mama geworden. Von euch wusste ich ja gar nicht, was ja im Ausland war. Dann bin ich ja wiedergekommen. Haben uns ein 13er getroffen und hat gleich groß erzählt, das ist sein Neffe. Dann habe ich mich gleich selbst erschrocken. Erstmal war es ein Witz, haben wir nur erstmal gelacht. Dann ist das bei mir in den Kopf reingegangen. Dann habe ich gleich meine Mutter und meinen Vater angerufen. Denn das ist das, was man echt bei den 13er erleben kann.